Willkommen zurück zu Let's Play Kirmensimulation Kirmensimulation, Entschuldigung Wir testen heute den Breakdancer NO2 Genau Erstmal müssen wir hier zum Also man kann hier auch so laufen mit den Falltasten Den Breakdancer kennt wahrscheinlich jeder Ich muss mal gleich dazu was sagen Ich drücke jetzt mal I Und dann gehe ich hier in den Raum Also ich habe ein bisschen schon vorher gezockt Bisschen geübt Also ich kenne mich jetzt ein bisschen besser aus So Guten Tag Chef Sie sind ein bisschen wackelig Aber warum gucken Sie Kann ich das essen? Ich habe Durst Ich habe Hunger und Durst Kann ich nicht essen? Okay Also Hier haben wir unseren iPhone Aber ich muss mal kurz hier mein Handy schnappen Das sind hier 1000 Nachrichten Ein Moment Weil ich habe das hier fotografiert Genau Das dauert kurz Einen Moment bitte So jetzt ruft da gerade jemand an So Also Musik geht wieder nicht Ähm Ich weiß nicht warum Nächstmal gucke ich mal Ob da die Musik geht Weil das ist ein bisschen scheiße Die Musik geht gar nicht Das ist wieder mal richtig kacke Aber ich entschuldige mich dafür So Dann hier F1 Nein P-On-Ride Da fahren wir Ähm So Fahrfunktion So erstmal hier müssen wir die Elektrik anmachen Die wir hier diesen Dings Und dann das gedrücken Äh drücken Ich kann die Ich sitze hier auch auf dem Stuhl So Dann Ähm Können wir hier ähm Die Tageszeit ändern Ich mach's mal ganz dunkel Das ist besser Mit H kann man übrigens die Tageszeit ändern Weil ich Dunkel Am dunkel Äh Dunkel ist es am besten Finde ich Mit am schönsten aus Wie sind's hier eigentlich reingekommen Hier gibt's keine Tür Ähm Und Vielleicht da Egal Genau Ich kann so Licht machen Dann kann ich so Licht machen Musik gibt's nicht Wie gesagt Aber hier Diese Jingles Oder Ach nein Was Jingles Was habe ich Auf jeden Fall Hier Stellt euch vor Die gehen jetzt hier rein Und dann Machen wir erstmal So erstmal Geben sie ihrem Ticket Und dann Geht's ab Seid ihr bereit Für den Ultimativen Seid ihr bereit Das geht Natürlich ab Da wird einem Da auch ganz Windlich Ähm So Dann mach ich mal hier Vorrücken Hier geht's Hier geht was ab Also Kann ja auch diese Dinger Mal hier klicken Grünes Licht Das sieht geil aus So machen wir erstmal da Licht an Warte mal kurz Hupen kann ich nicht Leider So jetzt ist es vorbei Scheint dass es keine Musik gibt Ihr wisst Du lo� Dann Du od Du od Du od Du چ Du od Du od Di 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 Oh De di 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 Oh 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 Hier ist was loose Hier geht was ab, alle Lichter leuchten, seid ihr bereit? Yeah, so ich brems gerade, jetzt meine Sicht nicht mehr. So, ähm, jetzt, das war's mit der Fahrt jetzt, weil, ähm, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Folge, ich weiß, die Folge war richtig kurz, aber, ähm, ja, was willst du hier kurz machen, wenn man keine Musik hat, kann man nicht richtig mitspielen, das ist ein bisschen blöd, und, ja, also ich find's richtig scheiße, dass man hier keine Musik, man kann Musik einfügen, aber entweder bin ich zu blöd dafür, oder ich weiß nicht, man muss es in so einer .ogg-Datei einfügen, aber guck, wenn ich jetzt hier, ich mach das jetzt mal rein, Welcome, aber ich hab schon Musik eingefügt, Playlist 1, so, dann geht es rein, Loading, No Tracks, Hä? Also geht jetzt die Musik gar nicht, oder was? Obwohl ich da Musik eingefügt hab. Na, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es so kurz war, und sie auch, Herr Chef, genau, ähm, und ich würd mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal, ähm, wieder dabei seid, aber nächstes Mal wird es bestimmt besser sein, ich hoffe, wenn die Musik geht und alles, und dann sag ich, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Kimmelsimulation, ciao!